So, ja, dann starten wir die Aufnahmen und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video im Motto der Wirtschaftsdidaktik. Wir werfen heute einen Blick auf einen weiteren Situationstypen und zwar die beruflichen Handlungssituationen. Im letzten Video haben wir uns die ökonomischen geprägten Lebenssituationen vorgenommen. Einhergeht damit auch die antizipative Didaktik nach Jürgen Zabeck und zwar dieser steht für die Inhalte, die an aktuellen und künftigen Anforderungen der Praxis auszurichten sind. Ich habe wieder tabellarisch etwas vorbereitet, die Merkmale, die wir auch aus den letzten Videos bereits kennen und zwar Situationstyp, Anwendungsgebiet, Rolle und Vertreter, kann man sich gut auf ein Karteikärtchen packen und entsprechend lernen. Ja, es sei nochmal folgendes gesagt und zwar ich kann hier natürlich in einem Video auf einer Seite nicht das komplette Konzept der beruflichen Handlungssituation, diesen Situationstypen abdecken. Dennoch möchte ich euch einige Inhalte, einigen Input mit auf den Weg geben, der euch vielleicht helfen könnte, um einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Wir steigen direkt ein und zwar das Situationstyp wären hier die beruflichen Handlungssituationen und auch kaufmännische Leistungssituationen, wie es im Skript formuliert steht. Wir notieren einfach berufliche Handlungssituationen, das Anwendungsgebiet ist hier die kaufmännische Berufsbildung, kaufmännische Berufsbildung, Berufsbildung an sich dient ja dem Zweck und zwar dem Zweck am Ende einer Tätigkeit nachzugehen. Also wir haben hier nicht wie bei den ökonomisch geprägten Lebenssituationen die ökonomische Allgemeinbildung, sondern wir haben hier die Berufsbildung. Kurzer Unterschied noch einmal, die ökonomisch geprägten Lebenssituationen orientieren sich an außerberuflichen Situationen und die beruflichen Handlungssituationen orientieren sich an beruflichen Situationen, um da nochmal den Unterschied klar zu machen. Anwendungsgebiet, also hier die kaufmännische Berufsbildung, vor allem an Berufsschulen, Wirtschaftsschulen etc. Kaufmännische Berufsbildung, in welcher Rolle befinden wir uns dort? Bei der ökonomisch geprägten Lebenssituationen nehmen wir die Rolle der Wirtschaftsobjekte ein, unter anderem private Haushalte, vor allem private Haushalte, Verbraucher, dass ich zum Beispiel in einen Supermarkt gehe und dort einen Kaufvertrag schließe, weil ich Lebensmittel eingekauft habe. Wir haben zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Dementschließend kommt es zu einem Kaufvertragsschluss. Und hier nehmen wir die Rolle des Erwerbstätigen ein. Erwerbstätige. Und zwar ist damit unter anderem das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeint. Also überwiegend die Mitglieder eines Betriebes. In diesem Fall eines kaufmännischen Betriebes. Und hier der Vertreter wäre Jürgen Zabeck. Ein herausragender Vertreter. Es gibt sicher noch weitere Vertreter. Einen werde ich euch gleich noch nennen. Jürgen Zabeck. Und zwar schreibe ich den hier schon hin. Der Manstetten. Manstetten. Und zwar bitten wir uns hier zweier Konzepte. Einmal das Universalprinzip. Universalprinzip. Das ist das alte Prinzip. Alt. Und einmal das Funktionalprinzip. Ich werde, nachdem wir die drei Situationstypen uns vorgenommen haben, noch so eine Zusammenfassung geben, dass wir nochmal alle drei Vertreter zusammentragen, welche Position diese drei Vertreter verfolgen. So. Aber jetzt erstmal zu diesen zwei Prinzipien. Da habe ich ein bisschen was notiert. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. So. Wo haben wir das? Hier. Und zwar das Universalprinzip besagt einfach nur, dass Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit allen Bereichen eines kaufwünschenden Betriebs vertraut gemacht werden müssen. Also mit dem Personalmanagement, mit dem Vertrieb, mit der Marketingabteilung und so weiter und so fort. Also alle Bereiche müssen abgedeckt werden in der Berufsbildung. Das sagt dieses Universalprinzip aus. Also notieren wir das. Berufsschüler sollen mit allen Bereichen eines kaufmännischen Betriebs. Betriebskaufmännischen Betriebs vertraut gemacht werden. Und vertraut gemacht werden. Ge- Macht- Werden. Ja, könnt ihr mal schauen, wenn ihr eine Berufsausbildung absolviert habt oder gerade dabei seid, eine Berufsausbildung zu absolvieren, ob das zutrifft, ob ihr wirklich durch alle Bereiche eines Betriebs geführt wird. In der Theorie wie auch in der Praxis. So. Und dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ja, was ist das Funktionalprinzip? Dieses besagt einfach nur, dass eine Konfrontation mit jenen Situationen zu erfolgen hat, denen der Einzelne in seinem zukünftigen Berufsleben begegnen wird. Also, ich werde nur mit Situationen konfrontiert, mit denen ich in der Zukunft auch konfrontiert werde. So könnte man das sagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich lerne jetzt Kaufen im Einzelhandel, bin im Vertrieb tätig, dann werde ich auch nur mit dem Bereich des Vertriebs vertraut gemacht. Und das notieren wir uns jetzt kurzerhand. Berufsschüler, Berufsschüler werden mit jenen Situationen konfrontiert, konfrontiert, die, die für sie, jetzt muss ich kurz gucken, wie ich das notiert hatte, im zukünftigen Berufsleben relevant sind. Die für sie im zukünftigen oder im künftigen, künftigen Berufsleben relevant sind. Also nicht mal alle Bereiche, sondern wirklich nur das, was für mich später im Berufsleben auch relevant ist. Hier könnte man wirklich sagen, es dient einfach nur dem Zweck. Es dient einfach nur der Tätigkeit, der ich nachgehe. Alles, was über den Tellerrand hinaus ist, das interessiert mich hier nicht. So, und das spiegelt auch die antizipierende Didaktik wieder, und zwar künftigen Anforderungen und aktuellen Anforderungen der Praxis. Und ja, dementsprechend wird hier das Funktionalprinzip dort auch wiedergespiegelt. Ja, jetzt gibt es aber auch Kritik an beiden Prinzipien. Kritik, und zwar Universalprinzip. Kritik sind die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, auch für spätere Situationen, auch auf spätere Situationen übertragbar und entspricht es wirklich den Anforderungen. Also, wie notieren wir das? Kenntnisse und Fertigkeiten. Kenntnisse und Fertigkeiten. Fertigkeiten auch auf spätere Situationen, auch auf spätere Situationen übertragbar. Situationen, damit sind die künftigen Anforderungen gemeint. Spätere Situationen übertragbar. Übertragbar. So, ich als Lehrkraft muss natürlich auch in der Lage sein. Ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, ey, ich erstelle mir jetzt einen Ordner für Mathematik, für Wirtschaft, BWL, VWL, Geschichtsunterricht etc., ballere das alles rein in meinen Ordner und sage, ey, so gehe ich durch die nächsten 30, 40 Jahre meine Lehrertätigkeiten, indem ich immer wieder diesen Ordner nehme. Ich stelle gar nicht mehr fest, ey, das ist schon 20, 30, 40, 50 Jahre alt, was dann im Ordner drin ist. Ich als Lehrkraft muss auch in der Lage sein, den Input immer wieder erneut anzupassen. So, Kenntnisse und Fertigkeiten sind diese auch auf spätere Situationen übertragbar. Das ist vor allem die zentrale Kritik an diesem Ansatz. Und natürlich werden hier überhaupt die Anforderungen noch erfüllt. Aber das notiere ich jetzt hier nicht. Das könnt ihr euch dann nochmal merken. So, und dann, ich schreibe euch beide Prinzipien auch nochmal in die Videobeschreibung unten hinein. Könnt ihr es da nochmal nachlesen. Ja, und, aber auch das Funktionalprinzip ist ja kein perfektes Prinzip. Hier gibt es auch Kritik. Und zwar, wie erfolgt eigentlich die empirische Feststellung zukünftiger beruflicher Anforderungen? Also, wie erfolgt eigentlich die empirische Feststellung Feststellung künftiger Anforderungen. Ich kürze das mal ab. Künftiger beruflicher Anforderungen. Künftiger beruflicher Anforderungen. Ja, was steckt dahinter? Weiß ich, was in zehn Jahren für die berufliche Bildung wichtig ist, was relevant ist für die berufliche Bildung. Wie kann ich das empirisch beweisen? Wie kann ich das feststellen? Wie kann ich das bestimmen? Das ist die Schwierigkeit an diesem Funktionalprinzip gegenüber dem Universalprinzip. Beim Universalprinzip stellen wir uns immer der Frage, ist das, was an Kenntnissen und Fertigkeiten erworben wird, ist das auch für die Zukunft, ist das auf die Zukunft überhaupt übertragbar oder müssen wir das ständig wieder anpassen? Und das Funktionalprinzip möchte so ein bisschen in die Zukunft blicken und schauen, okay, wir wollen immer die künftigen und die aktuellen Anforderungen abdenken. Also schauen wir ein bisschen voraus. Aber wie geht das überhaupt? Kann man das überhaupt empirisch belegen? So, und jetzt schauen wir nochmal kurz in den Lehrplan hinein. Und zwar, ich möchte auch noch ein Video zum Lehrdenfeldansatz hochladen, deshalb werde ich das jetzt hier nicht vortragen. Aber wir gucken einfach mal, ob die prospektiven Leistungsanforderungen überhaupt in Rahmenlehrplänen kaufmännische Ausbildungsberufe abgedeckt werden. Mit prospektiven Leistungsanforderungen sind die zukünftigen Anforderungen gemein. Jetzt habe ich leider keinen Platz mehr, um das hier zu notieren. Deshalb machen wir es jetzt einfach auf mündlichen Wege. Und zwar die Rahmenlehrpläne. Lehrpläne geben mir Lehrziele vor. Sie machen Vorgaben. Sie dienen der Lehrkraft als Orientierung. Das ist so eine Art Strang, den ich als Lehrkraft dort hier verfolgen kann. So ein roter Faden, den ich einfach finden kann. In meinem Curriculum halte ich die Lernziele fest. Dort muss ich mich auf Inhalte festlegen, die ich für meinen Unterricht aufnehme. Und im Lehrplan wird einfach so Vorgaben gemacht. Nur im Lehrplan finden sich immer weniger Inhalte. Deshalb muss ich im Curriculum natürlich etwas mehr Inhalte festhalten, als die, die der Lehrplan entsprechend abdeckt. Ja, und die Rahmenlehrpläne orientieren sich an der Persönlichkeitsentwicklung im Zuge von Mündigkeit und Aufklärung. Mündigkeit und Aufklärung sind ja die Leitziele, die wir kennengelernt haben. Mündigkeit vor allem, dass man eigenverantwortlich handeln kann für das, was man tut im Leben. Also wenn ich etwas falsch mache, trage ich Verantwortung dafür. Ich drücke mich nicht vor Verantwortung. Und die Lernfelder in diesen Rahmenlehrplänen orientieren sich an Situationen der Gegenwart, aber nicht an den zukünftigen Situationen. Ja, wie sollen sie sich auch an zukünftigen Situationen orientieren, wenn wir es nicht empirisch belegen können, was in 10, 15, 20 Jahren wichtig ist für die berufliche Bildung. Also wir haben jetzt hier zwei Ansätze kennengelernt. Wir haben zum einen die ökonomisch geprägten Lebenssituationen kennengelernt, eher für die allgemeine Bildung. Und wir haben in der Berufsbildung diesen Ansatz der beruflichen Handlungssituationen kennengelernt. Diese zwei Situationstypen sollte man grundlegend schon mal beherrschen, bevor wir uns dann den dritten Situationstypen dann ansehen werden. Wie gesagt, ich habe ja nicht alles abgedeckt, aber ich habe euch so einen groben Überblick gegeben, so einen Einstieg gegeben in das Thema. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich schreibe diese beiden Prinzipien nochmal unten in die Videobeschreibung hinein. Da könnt ihr es dann nochmal nachlesen. Ja, und im nächsten Video schauen wir uns mal den Lernfeldansatz an, denn dort finden wir auch sowas wie Handlungsfelder, Lernfelder. Was ist das eigentlich? Oder auch Lernsituationen, dass wir die nochmal, diese Begriffe nochmal mit dann verknüpfen, nochmal schauen, was steckt dahinter. Und da finden wir dann auch so diese Handlungssituationen, die wir jetzt hier behandelt haben, dann auch dort wieder. Also, das soll es gewesen sein. Von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.